In diesem Jahr feiern wir den 25. Geburtstag der Vereinten Nationen in Bonn. Der Bonner UN-Campus ist das Zentrum einer Bewegung für eine nachhaltige Zukunft und für unsere Lebensgrundlagen. Klima, Natur, Wasser und Boden. Am 17. Juni begehen wir den Welttag gegen Wüstenbildung und Dürre. Oder andersherum, den Tag, an dem wir uns für den Schutz des Bodens besonders stark machen. Bodenschutz bedeutet, den Blick auf den Flächenverbrauch auf der einen Seite, aber auch die Bodenqualität zu erhalten, zum Beispiel durch selteneres Mähen von Wiesen oder durch den Verzicht auf Düngemittel. Deshalb ist die biologische Landwirtschaft eine starke Partnerin für Bodenschutz, die Sie alle mit Ihren Kaufentscheidungen unterstützen können. Ich lade Sie deshalb ein, gemeinsam mit mir und dem Übereinkommen zur Bekämpfung der Wüstenbildung für unsere Lebensgrundlage Boden aktiv zu werden. Egal ob mit dem Einkaufskorb oder bei der Anlage eines Naturgärtchens statt versiegelter Fläche, seien Sie dabei. Gemeinsam können wir etwas verändern. Jeden Tag.